Die Durchführung eines E-Assessment ist immer mit bestimmten Risiken verbunden. Es gibt TeilnehmerInnen, die Schwierigkeiten im Umgang mit der Prüfungssoftware haben. Und dann gibt es technische Geräte, die nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Sind menschliche oder technische Fehler der Fall? In diesem Video werde ich Ihnen Handlungsempfehlungen vermitteln, die Sie vor, während und nach einem E-Assessment beachten sollten. Vor der Prüfung Damit Ihr Prüfungstermin möglichst reibungslos abläuft, sollten Sie im Vorhinein einige Vorkehrungen treffen. Sprechen Sie mit Ihren KollegInnen. Alle Personen, die an der Abwicklung des E-Assessment beteiligt sind, müssen über den Ablauf der Anlauf und bestimmte Vorgehensweisen informiert sein. Wenn Sie einen neuen Prüfungstermin ansetzen möchten, wenden Sie sich an Ihre E-Assessment-Abteilung, wenn das an Ihrem Institut so vorgesehen ist. Das ist wichtig, damit Terminüberschneidungen bei der Raumbuchung oder Updates während des Prüfungszeitraums vermieden werden. Möglicherweise gibt es in Ihrer Bildungseinrichtung auch gewisse Konventionen, die bei der Erstellung einer Prüfung im Programm beachtet werden müssen. Beispielsweise die Benennung der Prüfung, die Registrierung der TeilnehmerInnen oder auch das Einreichen der Prüfung. Außerdem sollten Sie sicherstellen, dass die Technikabteilung im Falle eines technischen Problems erreichbar ist. Planen Sie das E-Assessment unbedingt in einem Zeitraum ein, in dem die Technikabteilung abrufbereit ist. Informieren Sie sich auch über die Möglichkeiten der Kontaktaufnahme zur Technik, falls es während der Prüfung zu technischen Störungen kommt. Es ist empfehlenswert, die TeilnehmerInnen vor der eigentlichen Prüfung mit objektiven Testformaten und der Prüfungsumgebung vertraut zu machen. Erstellen Sie zum Beispiel eine Probeprüfung oder bauen Sie Prüfungsfragen in die Prüfungssoftware in Ihre Lehre ein. Erklären Sie auch Besonderheiten bei der Authentifizierung und den richtigen Umgang mit der Prüfungssoftware. Sie können auch ein Informationsschreiben vorbereiten, das Sie zwei Wochen vor dem Prüfungstermin bei E-Mail aussenden. Die Durchführung der Prüfung kann in einem Computerraum oder auch in Form eines Remote-Exam erfolgen. Bei einem Remote-Exam absolvieren die TeilnehmerInnen die Prüfung von einem beliebigen Standort. Dazu können Sie sich auch per Videokonferenz mit den TeilnehmerInnen verbinden. Nachdem Sie die Anwesenheit aller TeilnehmerInnen überprüft haben, sollten Sie diesen nochmals genaue Instruktionen im Umgang mit der Prüfungssoftware geben. Hier ein Beispiel. Auf Ihrem Desktop finden Sie den Safe-Exam-Browser. Öffnen Sie diesen. Melden Sie sich dann mit der E-Mail-Adresse und dem Passwort der TU Graz an. Sie sehen nun in einer Liste Ihre Prüfung. Klicken Sie erst dann auf Start, wenn Sie von uns dazu angewiesen werden. Manchmal treten Schwierigkeiten bei der Anmeldung im Prüfungsprogramm auf. Achten Sie daher auf genaue Anweisungen für den Anmeldeprozess. Erklären Sie den TeilnehmerInnen auch die Oberfläche des Prüfungsprogramms. Hier ein Beispiel. Auf der rechten Seite finden Sie die Testnavigation. Durch Klick auf eine Nummer können Sie zur entsprechenden Frage wechseln. Mit einem Klick auf Versuch beenden können Sie die Prüfung jederzeit abgeben. Sie sehen auch, wie viel Zeit Sie für die Prüfung haben. Nach Ablauf der Zeit werden Ihre Antworten abgegeben und die Prüfung ist beendet. Auf der linken Seite sehen Sie, welche Frage Sie gerade bearbeiten und wie viele Punkte Sie für diese Frage bekommen. Durch einen Klick auf die Fahne können Sie die Frage auch markieren, wenn Sie diese später bearbeiten möchten. Sie sollten in Ihren Instruktionen nachdrücklich betonen, dass die Kontaktaufnahme zu anderen TeilnehmerInnen bei technischen Störungen untersagt ist. Machen Sie klar, dass die TeilnehmerInnen sich im Falle eines technischen Problems nur an die Aufsichtsperson wenden sollen. Die Teilnahme an einem E-Assessment kann für diese neu und ungewohnt sein. Vermitteln Sie den TeilnehmerInnen ein Gefühl von Sicherheit. Erklären Sie den Ablauf bei technischen Störungen und mögliche Handlungsalternativen. In der Regel werden Computerräume für E-Assessments gut gewartet, sodass es nur selten zu schwerwiegenden technischen Problemen kommt. Je nach Prüfungssoftware werden Eingaben auch in regelmäßigen Abständen zwischengespeichert. Mit diesen Informationen können Sie die ohnehin schon angespannten TeilnehmerInnen vor der Prüfung beruhigen. Während der Prüfung Die TeilnehmerInnen haben nun mit der Prüfung begonnen. Ihre Aufgabe ist es, diese zu beaufsichtigen. Wenn Sie ein Remote-Examen durchführen möchten, gibt es spezielle Programme, mit denen Sie den Bildschirm der TeilnehmerInnen überwachen können. Man nennt die Überwachung während eines E-Assessment auch Proctoring. Durch Überwachung des Bildschirms stellen Sie sicher, dass Antworten nicht im Internet recherchiert werden. In der Corona-Pandemie war das Proctoring eine mögliche Strategie, um Betrugsversuche bei Prüfungen zu unterbinden. Die Aufzeichnung der Prüfung kann auch im Falle eines technischen Defekts nützlich sein, um die Leistungen trotzdem beurteilen zu können. Es gibt auch spezielle Programme, mit denen man die Funktionen des Computers während der Prüfung einschränken kann. So können TeilnehmerInnen ausschließlich das Prüfungsprogramm und die von Ihnen erlaubten Hilfsmittel verwenden. Natürlich kann es auch sein, dass während der Prüfung technische Probleme auftreten. Wie Sie hier vorgehen, hängt davon ab, ob Sie eine Präsenzprüfung oder ein Remote-Examen durchführen. Nehmen wir an, Sie führen eine Präsenzprüfung durch und ein Computer ist kurz nach Prüfungsstart defekt. In diesem Fall ist es empfehlenswert, den Prüfungsplatz zu wechseln und sich erneut in das Prüfungsprogramm einzuloggen, um die Prüfung wieder aufzunehmen. Das ist nur dann möglich, wenn auch Reservegeräte bereit stehen. In seltenen Fällen kann es Ihnen auch passieren, dass alle TeilnehmerInnen die Prüfung aus technischen Gründen nicht absolvieren können. Beispielsweise dann, wenn keine Verbindung zum Internet möglich ist. In diesem Fall könnten Sie den Prüfungstermin verschieben. Wenn Sie Terminverschiebungen verhindern möchten, sollten Sie die Prüfung auch immer in ausgedruckter Form vorbereitet haben. Den Prüfungsbogen könnten Sie notfalls vor Ort vervielfältigen und den TeilnehmerInnen austeilen, wenn die rechtlichen Rahmenbedingungen es erlauben, die Durchführungsart zu wechseln. Führen Sie gerade ein Remote-Examen durch, sollten Sie während der Prüfung für die TeilnehmerInnen telefonisch erreichbar bleiben. Wie Sie hier bei technischen Problemen vorgehen können, muss zuvor mit der E-Assessment-Abteilung abgeklärt werden. Am Ende der Prüfung Vergewissern Sie sich, dass alle TeilnehmerInnen die Prüfung erfolgreich abschließen konnten, bevor diese den Raum verlassen oder sich ausloggen. Findet die Prüfung vor Ort statt, sollte der Raum für den nächsten Prüfungsdurchgang wieder in den Ausgangszustand zurückversetzt werden. Denken Sie auch daran, defekte Geräte und technische Störungen zu protokollieren und an die Verantwortlichen der Technik weiterzuleiten. Fassen wir die wichtigsten Punkte nochmals zusammen. Alle Personen, die an der Prüfungsabwicklung beteiligt sind, müssen über den Ablauf und die Verfahrensweisen bei Störungen informiert werden. Halten Sie eine Telefonnummer zur Technikabteilung für den Notfall bereit. Überlegen Sie sich im Vorhinein, wie Sie mit TeilnehmerInnen bei technischen Störungen bereits vor der Prüfung mit objektiven Testformaten und der Prüfungsumgebung vertraut. Geben Sie genaue Instruktionen. Bei technischen Störungen dürfen sich die TeilnehmerInnen nur an Aufsichtspersonen wenden. Erklären Sie die Oberfläche und Bedienung des Prüfungsprogramms. Es ist empfehlenswert, die Prüfung auch in ausgedruckter Form vorzubereiten. Prüfungsprogramm Prüfungsprogramm Prüfungsprogramm